trinken und depressionen sollten getrennt bleiben so wie vielleicht weiß der ja was ja man ist so ein scheiß ich möchte lieber durch den flur reingehen 8 blöde bisher muss sein ja sagen wir nicht dass ich nach da gehen kann der ist gefährlich von dem halte ich mich ab sofort fern vielleicht braucht er einen schluck wein äh ich weiß nicht ich habe dort nichts verloren also machte mal vielleicht weiß der ja was schlau bei dem an war film ein hübscher hast du begonnen ich habe dinge sprich und wo ich bin gern ich beobacht was liegt mein klub beim ersten ver und was viel es tut erzähl mir ich weiß auch nicht mehr verzweifelt bin ich wenn ich nicht mehr dort ja halt doch den schnauz hat das doch schon da gibt es noch was kann ich mir gar nicht vorstellen ich will nicht mit dem krokodil spielen nein da liegt nur ein baseballschläger den will ich nicht dann brauchen wir doch zum abprüben weil ich schon bambam bambam ja also gibt es hier nichts mehr hat er uns verarscht ich brauche mehr tipps alter es geht ja nicht alles gibt ja gar nicht dass der nummer 1 sagt ja das bleibt dann bis das ist das nein nicht also Weder steige ich hinauf, noch bewege ich sie. Nein. Ich brauche kein Färbemittel. Ich möchte mich nicht setzen. Ich könnte irgendein Buch mitnehmen, aber zu Hause habe ich kein... Ja, eigentlich könnte der uns auch jetzt helfen, ne? Ah, hat er jetzt uns eigentlich schon, ne? Ähm, hier auch mein Junge. Oh, vielleicht weißt du, dass der Wasserwee war. Was nun? Dan und Fitz Randolphs. Die hat schon Wasser. Äh, super. Sollte die... Ja, was? Ah, das war so ein Tipp, ne? Sollte die Kurbel irgendwo hineinpassen, dann garantiert nicht... Ja, wo denn? Hat da irgendwas mit Flut zu tun? Gibt's denn hier? Warte, warte mal. Kurbel. Hier einsetzen. Hier einsetzen. Hier. 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 Oh, Pisser, Alter. Es ist immer noch abgeschlossen. Abgeschlossen. Es ist immer noch abgeschlossen. Ey, du kleines Arschloh, mach das so auf. Ich glaube nicht, dass ich es... Nichts ist... Es soll da... Nein, es ist... Das der Sekretäre. Das ist Fitz Randolphs. Jimmy meint, die Tür lässt sich nicht öffnen. Der Tür öffnen. Ja, du kleiner, blöder... Boah, echt schwer. Mach verdammt nochmal die Tür auf und es kenne ich dich, ey. Sollte ich nicht den Baseball stellen und mach den kaputt. So werden normal nicht... Hi, Jimmy. Schöne Nacht. Schlaf. Die muss doch sich an ihr Aussehen verändern. Wenn meine Mutter mich beschreibt. Mann, kann man das nicht, ach... Trock. Hi, Jimmy. Die habe ich noch... Öffne. Einzige autorisierte Person, Beverly Torrance. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau, Oberweite 128, Talie 60, Hüften 91. Oberweite. Zutritt verboten. Öffne mir. Zutritt. Aber ich bin... Der Morgen war schöner. Wer ist... Beverly Torrance. Sekretärin. Autorisierung. Tür 2. Thematische Informationseinheit. Ich... Ver... Das ist der Weg. Ich verstehe nicht, aber... Ein Eck... Konversa... Willst... Energie... Schlaf? Ach, Mann. Hier gibt es leider nichts zu tun. Warte mal. Hotspot. Ich habe doch hier alles schon abgesucht, oder? Ich habe noch die Jacke noch bei denen abgeben, ich weiß nicht. Du hast sie doch schon gesehen. Hm. Ja, super. Was kann man denn hier alles anfassen? Könnte man das nicht freundlicher ausdrücken? Ey, gib mal mal bitte einen Rat. Wenn Dan nicht mehr dort war, warum ging Liz dann zum Wagen zurück? Irgendetwas muss da gewesen sein, das ihr dann nützlich war. Mit Sicherheit. Das ist doch nicht nützlich. Oder wie findest du das? Wenn man das da anklickt, ne? Leer. Typisch denn. Ich habe keine Ahnung. Alter. Die brauchen nichts, Alter. Ich hätte gesagt, dass es klappt. Scheiße. Ich habe da alles schon hier abgesucht. Daraus sind auch alles. In jedem einzelnen Bild habe ich schon alles probiert. Ich hätte es mir genetiliert. Ich habe das. Ich habe das. Gut. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Was ist das? Flachmann. Er ist halben voll. Ach, geil. Ey, das hab ich gar nicht gesehen. Oh, scheiße. Das ist die Lösung, ne? Ich versuch direkt mal hier, aber... Kürbispunsch, Jimmy. Oh, ich würde ja gerne. Aber Mr. Fitzrendorf wirft mich raus, wenn er es mitbekommt. Ich trinke nur Öl. Sonst roste ich. Der ist im Ballsaal. Er wird dich nicht sehen. Nein, ich traue mich nicht. Er kann jeden Moment auftauchen. Wie ein Sommergewitter. Schon gut. Ich kriege dich noch um. Aber deinen Punsch bekommst du. Prima Idee. Kürbispunsch in einer Motoröldose. Wer könnte Lust darauf haben? Jimmy, mein Hübscher. Ich habe dir Öl mitgebracht. Ein Schlückchen? Positiv. Plötzlich ist alles irgendwie neblig. Das Wetter spielt verrückt. Mhm. Hi, Jimmy. Schöne Nacht. Öffne mir die zweite Tür. Jetzt klappt's, oder? Letzige autorisierte Person. Beverly Turns. Blattfarbe Blatt. Daumenfarbe Blau. Oberweite. Gigantisch. Teil 60. Gigantisch. Identifizierung positiv. Schuld wird gewährt. Yes. Das ist besoffen, Alter. Der ist besoffen. Und so bewegte Liz dank des Kürbispunches Jimmy Love dazu. Aha. Und die Tür zum Bruder Sekretärin zu öffnen. Aha.